Hallo und herzlich willkommen bei RedDogCampbell. Ich bin heute auf Diagnan-Ticket und heute habe ich noch hier. Ich werde das Spiel mal starten und mache viel mit gleich. Ich habe gerade schon das Spiel einmal gestartet, meinen eigenen Account gefunden und die 1000 Werbungen vorher angeschaut. Und dann habe ich gesagt, okay gut, alle angeschaut, jetzt kann ich abbrechen und das Spiel neu starten für euch. Und da bin ich schon. Bei den Spielen muss man voll aufpassen, dass man keine Werbung anschaut, weil hier ist Werbung. Warte mal, wo ist noch Werbung? Wir klappen erstmal alle Punkte ab, die wir hier so machen können. Oder wo ich was kriegen könnte. Zurück, zurück. Das war, glaube ich, die Queste gewesen. Genau, die tägliche Quest. Ja, bei Werbung, um die Queste schneller abzuschließen, kannst du dir eine Werbung anschauen. Und das ist eigentlich ganz cool. Aber manchmal sind dann hier so Queste wie, keine Ahnung, 18 Siege oder sowas. Das stört auch bei 18 Roboter. Ja. Das dauert schon ein bisschen. Abholen, 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 abholen. Und da kriege ich Pusse-Teile für den, für den Nemesis, den ich haben möchte. Dauert halt immer 24 Stunden. Und dann sind sie fertig. Und das dauert. Gut. Warte geht's. Der nächste Punkt. Eine kann ich nicht öffnen. Hier kann ich mit einer Bewerbung eine Kiste öffnen. Weil die hier brauche ich nicht. Dann probiere ich lieber hier so eine Roboter zu holen. Warte. Gut. Dann gehen wir hier auf Zurück. Was habe ich hier? Eine Tour, die ich öffnen kann. Zack. Nice. 200.000. Ich habe 800.000. Ist nicht viel Geld bei den Spielen. Hier haben wir Neuigkeiten. Okay. Haben wir angeschaut. Einsatz. Alles verpullen. Oh nein. War ja nur der eine. Wenn man sich so ein Ticket holt, kann man hier die auch noch abholen. Wie toll ist denn so ein Ticket? 16 Euro. Nee, danke. Wie gesagt, ich probiere immer zu spielen, ohne Geld auszugehen. Habe ich den schon freigeschaltet? Auch noch nicht. 5000. Goldene. Au. Goldene Au. Gut. Dann gehen wir mal auf den Kampf. Wir können jetzt noch unsere Fähigkeiten aktivieren. Die laufen eine halbe Stunde. Also mehr Schaden. Radar war das, glaube ich. Und was war Schutz? Das stimmt hier. Naja. Dann drücken wir mal auf Start. Und zum Kampf. Schauen wir mal, was für ein Kampf wir kriegen. Okay. Ich nehme den hier. Ich weiß jetzt gar nicht, war es ein Fernkämpfer oder? Ich sehe noch keinen Diesel schon hier. Anfeuern. Die Strecke kenne ich nicht. Die ist neu. Ich habe ja auch schon länger nicht mehr gespielt. Kann ich hier runter? Ich verliebe hier Leben. WTF? WTF? Das war's. Das ist ja voll gemein. Das ist ja voll gemein. Das war's. Okay, einer down. Das ist ja voll gemein. Das ist rot. Rot ist nicht gut, weil ich bin blau. Okay. 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 Er schießt. Acht Sekunden warten. Okay. Okay. Ooh. Ah, was sonst mal da hinten ist. Und dann werde ich mich mal hierhin porten als Nahkämpfer. Ich nehme mit denen. Oh, scheiße, meine Waffen sind. Da, jetzt. Trübe. Ah, nein. Eine Sekunde länger, dann wäre da unten gewesen. In der nächsten Nahkämpfer. Da war es so stark. Okay, jetzt habe ich noch einen Fernkämpfer. Ich muss mich weit weg stellen. Ich werde mich hierhin porten. Mit den hier. Aktivieren. Die wird langen Beine. Zup. Ach, die Dach geht und fliegen nur geradeaus. Das ist voll doof. Oh, oh. Oh, gleich dauern. Ich. Ich. Nicht er. Hup. Gut, das war mein letzter. Ich habe keinen mehr. Oh, ich habe einen Titan. Wie kann ich die Sachen da oben anwenden? Ah. Ich habe einen Titanfall. Na gut, ich bin da oben. Das habe ich, haben wir bestimmt verloren. So. So, dann gehen wir mal zum nächsten. Aber das erste Mal, dass ich hier zum Kit hatte. So ein riesen Opfer. Cool. Ah, hier kann man wieder zwei Sachen holen mit einer Werbung. Und Geld ausgeben kannst du auch. Auch Geld ausgeben. Okay. Ich habe 25. Pat. Oh, wie soll ich das machen? Da. Cool. Ich habe den gewonnen. Ja. Okay, das war nur auf. Hussi. 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 Dankeschön ich habe wieder 27 Bad und dann kann ich ja wieder den da hinten ausrüsten ich muss wirklich ran zu und das war auch der gleiche Zitat gut 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 dann gehen wir jetzt zurück und machen den nächsten Kampf und dann sind wir gleich schon fertig die Tamp wird geladen ach die Stadt ist das brautennahkämpfer genau aber er hat ja schon den richtigen ausgesucht was denn das für ein kleiner Ding Dingsdach das wäre doch auch eine Signal Flagge ich brauche auch die Punkte dann versteht man bei dem Spiel hier ganz weit um und dann geht es um das ist das da kommt einer da kommt einer und 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 das sieht genau so aus wie ich hey das war geklappt ok oft sind sie voll und 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 jetzt ist er die Kraft und 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 dann gehst du nicht nach Humphre hin und das kann ich ich habe drei gekillt einer ist von mir zerstört worden oh das ist ein riese wenn es wirklich eine riese ist muss ich ganz weit weg oh oh ich werde mich schossen da war ich gerade gewesen da geht einer hin ich bin auch hier sie ok das waren die drei runden gespielt habe die ich spielen wollte nein und damit würde ich sagen das war es für heute habe ich noch was gewonnen schauen wir mal schnell nach werbung 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 27 bringt mir nichts da sind noch mal prozent aber nichts umsonst hier kann ich wieder was anschauen kriege ich wieder was geschenkt da habe ich eine quest abgeschlossen genau 300 Ehre und nochmal da steht eine 3 ist auch hier bestimmt Boni genau zubi dum 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 gratis öffnen wenn du ein Video schaust kannst du es umsonst öffnen nein ich will nicht dankeschön zurück einsatz und abholen 500.000 silber ag gut nice dann würde ich mal sagen das war es für heute ich beende das Spiel hole mein Ticket ab und sage dann Dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Ticket abholen bis dann viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao 1